Ich tue nur ganz kurz Fans dazu machen, weil ich aber ja gesagt habe nach der zweiten Mission. Ist wenigstens ein bisschen durchgelüftet worden. Und dann hat es ein Dampferer Pistoteppert, Pistoteppert, legt mich in die Haas. Na gut, ich bin gespannt, zeige einmal her. Nächste Mission, wir haben ja glaube ich so ungefähr noch zwei, wenn ich mich daran erinnere. Na drei sogar sind es. Aha, na dann gibst du, gibst du. Ich bin gespannt. Ich erwarte mir so einiges. Ich erwarte mir definitiv so einiges, weil viele Missionen dazugekommen sind. Sehr, sehr viele. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen verdächtig, komischerweise. Okay, egal, habt ihr auch nächste Flagge? Ich frage mich nur gerade, wo ist die zweite? Oh, ich muss mal ein bisschen suchen, keine Ahnung. Vielleicht ist die auch drinnen, das kann auch möglich sein. Aber ich schaue mal, ich schaue mal sicher selber. Vielleicht ist die ja gut versteckt, keine Ahnung. Oder vielleicht gibt es ja noch einen anderen Weg. Wenigstens wieder ein bisschen KI. Warte kurz. Ist es nicht auch noch die Mission gewesen, oder wo der, wo der eine Havara gewesen ist mit den Schattendoppelgängern? Nein, glaube ich nicht, oder? Bitte nicht, oder? Oder wenn ich jetzt noch mal die Schattendoppelgänger herkomme und der Zug gehe aus, äh, ich spiele mir, ich spiele mir innerlich. Er ist nicht zu schlimm. Der ist auch nicht so schlimm. Ist der auch nicht so gekriegt. Oh, okay. Der ist schon am Arsch. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe mir doch, kommt die sind ein bisschen schlimmer zu bekämpfen. Was denn da los? Okay, okay. Dann nochmal weiter. Hauptsache, Robert. Hauptsache, Robert. Das ist wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist im Hintergrund. Die Flucht der Karibik Musik, oder was? Das geht da ab. Das war mir die Zähne ein bisschen zu einfach. Nächste Flagge. Sehr gut. Noch Schnee erledigt. Volle Wäsche. Ich hoffe, die zählt. Ich hoffe, die zählt jetzt aber. Das wäre es. Das wäre es. Ich hoffe, die zählt. Oh, so geil. Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass die jetzt zählt. Aber da hätte ich trotzdem gerne wenigstens die Zeit gehabt, dass ich wenigstens ein bisschen was zum Einsammeln gehabt hätte. Oder irgendwas in der Richtung. Oder hätte wie... Wie...